Für den ehemaligen Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz von der CDU, ist die Sache klar. Die AfD muss verboten werden. Wir würden dieser Truppe damit grundsätzlich den Stecker ziehen. Das sagt Wanderwitz im Interview mit der Frankfurter Rundschau. Unterstützung bekommt er dabei von Saskia Esken, Chefin der SPD. Sie sagt, die Möglichkeit eines Verbots der AfD müsse immer wieder geprüft werden, denn, Zitat, wir sollten nicht so lange warten, bis die AfD zu relevant ist. Andere Politiker in den jeweiligen Parteien ist teilweise anders, aber klar ist, die Diskussion um ein Verbot der AfD ist wieder da. Vor allem, nachdem bekannt geworden ist, dass Spitzenpolitiker der Parteien an Treffen teilgenommen haben, bei denen es um millionenfache Deportationen von Menschen mit Migrationshintergrund gegangen ist. Nehmen wir mal an, diese Sache wird konkret. Und die AfD am Ende tatsächlich verboten. Was wären die Folgen? Wie würde es mit den Politikerinnen und Politikern der Partei weitergehen? Und welche Auswirkungen hätte das insgesamt für Deutschland? Darum geht's jetzt. Sollte die AfD als Partei verboten werden? Um diese Frage geht es hier in diesem Video explizit nicht. Auch nicht darum, was dafür spricht oder was dagegen, höchstens am Rande. Eine Einordnung zu diesem Thema hab ich schon mal versucht. Ihr findet das Video oben auf dem i verlinkt. Darin erfahrt ihr auch, welche Argumente für einen möglichen Verbotsantrag genannt werden. Nämlich unter anderem, dass einige Landesverbände der AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden. Worum es hier in diesem Video geht, ist wie schon gesagt, um die Folgen eines Verbots. Wie wahrscheinlich das überhaupt ist, darüber spreche ich ganz kurz am Ende des Videos. Die Frage, die über allem steht, ist, wie wird ein Parteiverbot in der Bundesrepublik Deutschland gehandhabt? Und wie könnte das am Beispiel der AfD aussehen? Das Video gibt es, weil mich sehr viele von euch danach gefragt haben und weil ich ehrlich gesagt bei der Recherche immer wieder viel über das Pro und Contra gelesen habe eines Verbots, aber nur sehr wenig über die möglichen Folgen, obwohl diese Frage ja auch auf der Hand liegt. Und genau das ist auch zentral für eine Debatte. Und es ist ein Punkt, der insgesamt deutlich unklarer ist, als man das vielleicht denkt. Aber immer der Reihe nach. Gehen wir Stück für Stück vor und schauen uns zunächst mal folgende Frage an. Was ist gesetzlich geregelt? An dieser Stelle ein kurzer Auszug aus dem Video, das oben auf dem i verlinkt ist. Zentral bei einem Parteiverbot ist unsere Verfassung, das Grundgesetz. Dort heißt es in Artikel 21, Absatz 2. Ganz zentral dabei ist das Wort, das am Ende auftaucht. Nämlich eine Partei muss verfassungswidrig sein. Ist sie nur in Anführungszeichen verfassungsfeindlich, dann reicht das nicht aus. Das Bundesverfassungsgericht schreibt dazu, hinzukommen müssen eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, auf deren Abschaffung die Partei abzielt, sowie konkrete Anhaltspunkte dafür, dass ein Erreichen der von ihr verfolgten verfassungsfeindlichen Ziele nicht völlig aussichtslos erscheint. Also, um es mal etwas vereinfacht zu sagen, nur dann, wenn eine Partei dazu in der Lage sein könnte, in Deutschland einen Umsturz herbeizuführen und auch konkrete Schritte in diese Richtung unternimmt, nur dann besteht die Möglichkeit, dass sie verboten werden könnte. Allerdings, die Regierung kann da relativ wenig ausrichten. Anders als zum Beispiel im Nationalsozialismus entscheidet nicht die Exekutive über ein mögliches Verbot, sondern die Judikative. Also, nicht die Regierung, sondern die sogenannte rechtssprechende Gewalt. In diesem Fall ist das das Bundesverfassungsgericht, das höchste Verfassungsgericht in Deutschland. Unsere Verfassung regelt das so. Die Regierung, der Bundestag oder der Bundesrat können zwar das Verbot einer Partei beim Verfassungsgericht beantragen, aber entschieden wird darüber nur vom Gericht. In einem aufwendigen Verfahren. Maßgeblich sind dabei neben dem Grundgesetz das Parteiengesetz und auch das Bundesverfassungsgerichtsgesetz mit ihren entsprechenden Bestimmungen. Die Gesetze habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Also, alles ganz klar geregelt, steht doch so im Gesetz. Naja, nur so halb, aber dazu kommen wir gleich. Bleiben wir zunächst einmal in der Reihenfolge und fragen uns, wie schnell kann eine Partei verboten werden? Wenn man die Diskussion um die AfD momentan verfolgt, dann bekommt man vielleicht den Eindruck, so ein Verbotsverfahren, das ist eine rasche Geschichte. Da gibt es einen Antrag, dann prüft das Bundesverfassungsgericht und schon ist das Urteil da. In Wirklichkeit sieht es aber ganz anders aus. In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab es bisher vier Verfahren zum Verbot einer Partei. Zwei davon waren im Sinne der Antragstelle erfolgreich, nämlich bei der KPD und bei der SRP. Zwei sind gescheitert, bei der NPD. Wenn ihr mehr zu diesen Verfahren wissen wollt, dann schaut in die Infobox. Dort habe ich euch etwas dazu verlinkt, da könnt ihr das Ganze nochmal vertiefen. Wichtig ist, alle vier Verfahren haben Zeit in Anspruch genommen. Und zwar nicht nur ein paar Wochen, sondern teilweise ein paar Jahre. Begleichsweise schnell ging es bei der SRP, der Sozialistischen Reichspartei. Rund ein Jahr hat es bei ihr gedauert, bis dann 1952 das Urteil da war. Genau doppelt so lang, nämlich zwei Jahre, haben sich die Richter beim ersten Verbotsverfahren gegen die neonazistische NPD-Zeit gelassen. Von 2001 bis 2003. Und beim zweiten NPD-Verfahren hat es noch einmal doppelt so lang gedauert, nämlich vier Jahre. Von 2013 bis 2017. Und fast fünf Jahre waren es bei der KPD, bei der Kommunistischen Partei Deutschlands. Von 1951 bis 1956. Das heißt, selbst wenn sich die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat demnächst dazu entschließen sollten, einen Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht zu stellen, es würde lange dauern, bis das Gericht eine Entscheidung getroffen hätte. Unter Umständen Jahre. Bis dahin könnte die AfD theoretisch, zum Beispiel in Sachsen oder in Thüringen, schon das Land regieren. Oder auch sogar auf Bundesebene an der Regierung beteiligt sein. Wie gesagt, theoretisch, auch wenn es auf Bundesebene dafür momentan keine realistische Perspektive gibt. Auch in so einem Fall könnte die AfD verboten werden. Allerdings wäre die Umsetzung des Verbots deutlich schwieriger, denn eigentlich sind für die Durchführung in den Bundesländern bisher immer die jeweiligen Innenminister zuständig gewesen. Die könnten dann aber von der AfD sein. Und es ist ganz klar, dass die sich nicht selbst verbieten wollen. Und genau hier sind wir an einem Punkt, der das Thema sehr kompliziert macht. Nämlich bei der Frage, wäre denn gesetzlich alles geregelt? Naja, auf den ersten Blick ist es ganz klar. Das Grundgesetz legt fest, wann Parteien verboten werden können und wie es mit der Finanzierung der Partei weitergeht. Im Parteiengesetz steht, wer das Verbot durchsetzt. Und im Bundesverfassungsgerichtsgesetz ist festgehalten, wie das mit den Mandaten der Abgeordneten abläuft. Daraus ergibt sich dann in etwa folgender Ablauf. Nehmen wir an, das Bundesverfassungsgericht verbietet die AfD tatsächlich. Dann wird sie mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Durchgeführt wird die Auflösung von den Innenministern der Länder und den entsprechenden Behörden oder im Ausnahmefall vom Bundesinnenminister. Gibt es nennenswertes Vermögen, wovon man bei der AfD ausgehen kann, dann wird das eingezogen. Alle Abgeordneten verlieren ihre Mandate. Und Ersatzorganisationen werden sofort untersagt. So liest man es immer wieder, wenn es um die Folgen eines AfD-Verbots geht. Und so ist das auch grundsätzlich nicht falsch. Allerdings muss man sagen, die Gesetze lassen ziemlich viel Spielraum für Interpretationen und Auslegungen. Und so ist neben den drei Gesetzen, die ich vorhin genannt habe, noch etwas anderes sehr wichtig und maßgeblich. Nämlich die vier Urteile, die es bisher in Parteiverbotsverfahren gegeben hat. Vereinfacht gesagt, das, was die Richter des Bundesverfassungsgerichts in der Vergangenheit entschieden haben, gilt als Richtschnur für mögliche Urteile in der Gegenwart. Vor allem die beiden Urteile, die am Ende zu einem Verbot geführt haben. Jetzt gibt es dabei allerdings zwei Probleme. Erstens, beide Urteile sind schon sehr alt. Rund 70 Jahre. Die politische Situation damals war eine völlig andere als heute. Die Bundesrepublik war noch sehr jung. Es war die Zeit des Ost-West-Konflikts. Deutschland war zweigeteilt. Außerdem waren die Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus noch sehr frisch. Es fehlte Erfahrung mit der Demokratie. Und natürlich gab es auch keine vergleichbaren Fälle, auf die man sich hätte beziehen können. Und zweitens, nur weil es damals das Bundesverfassungsgericht war, das geurteilt hat, muss nicht unbedingt jede Einzelheit auch unumstößlich sein. Versteht mich da bitte nicht falsch. Ich bin kein Jurist. Niemals würde ich mir anmaßen, Urteile des Höchstverfassungsgerichts in Deutschland infrage zu stellen. Aber unter Fachleuten gibt es schon länger die Diskussion, dass man die Urteile von vor fast 70 Jahren noch einmal ganz genau prüfen sollte. So schreibt zum Beispiel Sophie Schönberger, Professorin unter anderem für öffentliches Recht, in einer Analyse aus dem Jahr 2013, insgesamt stellen sich die Regelungen im Parteien- und Wahlrecht über die Folgen eines Parteiverbots als in weiten Teilen reflexhafte Übernahmen von Ausführungen der beiden Verbotsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts dar, ohne die verfassungsrechtlichen Grundbedingungen dieser Maßnahmen hinreichend zu reflektieren. Das heißt vereinfacht gesagt, man kann nicht davon ausgehen, dass das, was damals entschieden worden ist, auch heute noch gelten kann. Ein Beispiel, würde die AfD verboten, dann müssten ihre Abgeordneten sofort sämtliche Parlamente verlassen, selbst wenn sie vorher noch schnell aus der Partei ausgetreten sind. Im Landeswahlgesetz des Freistaats Bayern heißt es zum Beispiel dazu, erklärt das Bundesverfassungsgericht eine Partei für verfassungswidrig, so verlieren die Abgeordneten, die aufgrund eines Wahlvorschlags dieser Partei gewählt worden sind oder die der für verfassungswidrig erklärten Partei zur Zeit der Verkündung des Urteils angehören, mit Verkündung des Urteils ihren Sitz, soweit nicht in dem Urteil ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Und genau da haben wir auch schon den Haken, nämlich den Halbsatz, soweit nicht in dem Urteil ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Das Problem ist, die Abgeordneten sind nicht gegenüber ihrer Partei verpflichtet, zumindest nicht in erster Linie, sondern gegenüber den Menschen, die sie gewählt haben. Darf man sie deshalb einfach aus dem Parlament entfernen? Nur in Anführungszeichen wieder, weil ihre Partei verboten worden ist? Nein, sagt unter anderem Sophie Schönberger, das wäre ein Verstoß gegen Artikel 38 des Grundgesetzes, wonach die Abgeordneten ein freies Mandat haben. Wenn, dann müsste man ihnen persönlich nachweisen, dass sie aktiv verfassungswidrig gehandelt haben. Also nicht die Partei, sondern sie ganz persönlich als Abgeordnete. Das wäre sehr aufwendig. Andere Verfassungsrechtler sehen das teilweise anders und argumentieren, da wir das Abgeordnete letztendlich ja ihre Partei und den Willen ihrer Partei verkörpern und darstellen und deshalb auch automatisch für deren Politik gerade stehen müssen. Aber daran sieht man schon, ganz so einfach wäre es nicht. Ganz klar ist, als Partei würde es die AfD logischerweise nicht mehr geben. Die zentrale Anlaufstelle würde fehlen und auch das Geld. Das gesamte Vermögen würde eingezogen und umgewidmet. Das gleiche gilt unter Umständen für Organisationen, die direkt der Partei untergeordnet sind. Eine weitere Folge eines AfD-Verbots wäre, dass sich nicht einfach direkt eine neue Partei gründen darf, die auf den Strukturen der AfD aufbaut. So ist es im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt. Aber wie weit kann das gehen? Im Urteil zum SRP-Verbot heißt es dazu, Auch in der irgendwie organisierten Verbreitung von Ideen der SRP, zum Beispiel durch Informationsblätter, Rundbriefe, Vorträge, kann eine Ersatzorganisation erblickt werden. Das heißt, wenn man das entsprechend auf die AfD anwenden würde, könnten selbst Online-Magazine, die nachweislich der AfD nahestehen, verboten werden. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht schon beim KPD-Urteil ein paar Jahre später selbstkritisch eingeräumt, dass bei der SRP Dinge festgelegt worden sind, ohne Zitat, sich mit der Frage ihrer Verfassungsmäßigkeit besonders auseinanderzusetzen. Letztendlich, so steht es im KPD-Urteil, wäre die Frage, was genau als Ersatzorganisation gilt, von der Exekutive zu beantworten. Also die Bundes- oder eine Landesregierung müssten dann entscheiden, was noch verboten werden kann, was eben als Ersatzorganisation gilt und was nicht. Und dagegen könnte dann natürlich geklagt werden. Und da sind wir bei der vorletzten Folge eines AfD-Verbots. Es würde eine juristische Schlacht beginnen, wie sie die Bundesrepublik Deutschland in diesem Bereich wahrscheinlich noch nie erlebt hat. Jeder einzelne Abgeordnete, der sein Mandat verliert, könnte klagen. Und natürlich die verbotene AfD auch als Ganzes. Da kommt zum Beispiel auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ins Spiel. Und der letzte Faktor, die AfD ist inzwischen keine kleine Partei mehr. Laut eigenen Angaben hat sie rund 40.000 Mitglieder, knapp 40 Prozent mehr als Ende 2022. Sie wächst also rasant. Und nicht nur das, wenn man sich die Umfragen anschaut, dann sieht man, die Partei wird immer beliebter. Vor allem in Ostdeutschland. Da kommt sie momentan in fast allen Bundesländern auf über 30 Prozent. Auf Bundesebene immerhin auf mehr als 20 Prozent. Würde man die Partei verbieten, dann wäre das für viele dieser Menschen sicher ein großes Problem. Gesellschaftliche Unruhen wären denkbar und eine weitere Radikalisierung. Am Ende könnte ein Verbot der AfD damit genau das Gegenteil von dem bewirken, was die Befürworter sich eigentlich erhoffen. Natürlich ist aber auch das Gegenteil möglich. Ohne die Partei als Sammelbecken gäbe es keine zentrale Anlaufstelle mehr. Die AfD-Sympathisanten würden sich unter Umständen verteilen und es würde lange dauern, viele Jahre sicherlich, bis es wieder eine Partei wie die AfD gäbe. Dann noch kurz die letzte Frage, wie wahrscheinlich ist ein Verbotsverfahren? Dazu muss man zunächst mal sagen, weder von der Bundesregierung noch vom Bundestag oder vom Bundesrat sind bisher Pläne bekannt, die in diese Richtung gehen. Und auch wenn es vereinzelt Vertreter gibt, die sich dafür einsetzen, von großer Einigkeit ist da momentan nichts zu sehen. Der Hauptgrund dafür ist, allen ist klar, wie hoch die Hürden für ein Parteienverbot liegen. Als mahnende Beispiele werden da oft die beiden NPD-Verbotsverfahren genannt. Denn ein Ergebnis dabei war, nach dem ersten Scheitern hat die NPD das Urteil für ihre Zwecke genutzt. So nach dem Motto, schaut mal, so undemokratisch sind wir gar nicht, wir haben das offizielle Gütesiegel des Bundesverfassungsgerichts. Niemand kann uns verbieten. Das könnte auch mit der AfD natürlich passieren. Dazu kommt, dass ein Verbotsantrag nur dann Sinn ergeben würde, wenn eine realistische Chance auf Erfolg besteht. Was das angeht, sind die Experten in den Parteien sich aber überhaupt nicht einig. Auch hier ist das Risiko zu scheitern ziemlich groß. Und auch dazu würde so ein Verfahren, wie schon beschrieben, sehr lange dauern. Eine Lösung für die aktuelle Situation wäre das aus Sicht der Parteien bestimmt nicht, sondern höchstens auf längere Sicht. Übrigens, theoretisch könnten auch nur einzelne Landesverbände verboten werden. Die Folgen wären dann letztendlich aber die gleichen, nur eben auf regionaler Ebene. Und wenn es eine Petition von außen geben würde, die einen Verbotsantrag fordert, dann müsste sich der Bundestag zwar damit beschäftigen, aber automatisch erfolgreich muss so eine Petition nicht unbedingt sein. Mehr dazu habe ich euch in der Infobox verlinkt. Aber sie erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es so einen Antrag gibt. Also möglich ist es zwar, dass versucht wird, die AfD zu verbieten. Allerdings wäre das mit vielen Risiken verbunden. Aber was meint ihr denn? Könnte es trotzdem zu einem Verbotsverfahren kommen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Was denkt ihr, wie könnte so ein Verfahren ausgehen? Schreibt es gerne in die Kommentare und bitte bleibt fair und sachlich dabei. Und hier neben mir erfahrt ihr, welche Argumente Befürworter und Gegner nennen. Und ihr findet ein Video zu der Frage, ob die AfD dieses Jahr in einem der östlichen Bundesländer regieren könnte. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Danke euch. Danke euch. Danke euch.